Was ist Finanzkrisen, Cyberrisiken, epidemische Ausbreitungsprozesse? Das sind nur einige der globalen Risiken, mit denen wir uns heutzutage auseinandersetzen müssen. Sie resultieren aus der gewachsenen Komplexität und den Interdependenzen, die wir in den Systemen geschaffen haben. Wir treiben diese Systeme an ihre Grenzen und so kann eine Instabilität dazu führen, dass Kaskadeneffekte die Systeme aus der Kontrolle geraten lassen. Was können wir tun? Sensornetzwerke können Echtzeitdaten zur Verfügung stellen, mit denen wir diese Systeme adaptiv steuern und stabilisieren können. Aber wir können diese Daten auch in Simulationen füttern, um resilientere Systeme zu konstruieren. Systeme, die Sicherungssysteme enthalten, Alternativen, die einfacher sind und Redundanzen haben. Auf diese Art und Weise können wir uns besser präparieren, die Systeme voraussagbarer und besser managbar machen. Und nicht zuletzt können auch Reputationssysteme helfen, die Qualität des Managements und verantwortliches Handeln zu fördern. Menschen abreast die Systeme ihren Zettdaten und ihrer Zeitdaten und ihre Zeitdaten сер libraries läuft. Vielen Dank.